Meine Sprüche, meine Kunst sind sehr radikal, weil die Wahrheit ist einfach radikal und die Wahrheit ist einfach ein Punch ins Gesicht. Die junge Generation versteht gar nicht, dass Fuck the System eigentlich viel, viel höher steht als man denkt. Fuck the System bedeutet eigentlich sein eigenes Gemüse anbauen oder out of the ring zu denken, spirituell zu denken und dieses Ganze zu hinterfragen, this is Fuck the System, und nicht rausgehen, Läden zu zerstören. Viel krassere Botschaft ist es, in deiner Kunst es einfließen zu lassen, einfach wahrhaftig sein. Musik Ich überlege, wie die junge Generation jetzt tickt. Ich glaube schon, dass sie ein bisschen wachgerüttelt werden muss. Und ich denke, das kann ich mit meiner Kunst schon gut machen, weil das auch junge Leute anspricht. Und oft ist es ja auch so sehr paradox, weil die Leute feiern meine Kunst, die mögen das. Trotzdem hören die diesen dummen Deutschrap und sind halt super materialistisch. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020